Endlich gibt es Canva, dieses beliebte Design-Tool, was es bisher nur online gab, als App oder in der Browser-Version, gibt es nun auch für Windows. Das heißt, du kannst jetzt Canva auch nutzen, ohne dass du Internet haben musst, ohne dass du deine mobilen Daten verwenden musst, sondern ganz einfach offline an deinem Computer oder deinem Laptop. Woher du das bekommst und wie du das installierst, das zeige ich dir gleich. Bleib dran! Ich bin Roswitha Ude aus Berlin, die Social Media und Digital-Expertin für 60plus. Schau mir jetzt über die Schulter. Und los geht's. Den Link, wo du dir diese Canva für Windows herunterladen kannst, schreibe ich dir unter das Video. Dann startet diese Seite hier, Canva für Windows, und dann brauchst du ganz einfach nur Download starten. Und dann wird das in deinem Download-Ordner, also dem Ordner, den du festgelegt hast, wo deine Downloads gespeichert werden. Dort findest du dann das Programm. Dann brauchst du das einfach, also ich zeige es dir jetzt nochmal in dieser Bibliotheksansicht, oder aber du kannst auch deinen Windows Explorer öffnen. Das zeige ich dir jetzt parallel. Hier ist jetzt dieses Installationsprogramm von Canva. Das haben wir uns gerade heruntergeladen. Das heißt, du brauchst es nur einfach nur anklicken, genauso wie du das halt hier in der Bibliothek natürlich genauso machen könntest. Das schließen wir jetzt mal. Ich arbeite lieber mit dem Explorer. Mit einem Doppelklick anklicken, dann wird das gestartet. Und schon läuft die Installation. Und sie wird auch sofort gestartet. Das heißt, wir brauchen auch hier den Browser. Also erstmal hier wieder Cookies. Ich akzeptiere nie alle Cookies. Also gehe ich hier auf alle ablehnen. Alle ablehnen funktioniert nicht. Also scrolle ich runter und sage speichern und schließen. So, dann im Browser fortfahren. Im Browser muss man es deshalb starten, damit man erstmal überhaupt sich einloggen kann. Nachdem du im Browser bestätigt hast und dich eingeloggt hast in dein Canva Windows-Programm jetzt auf deinem Rechner installiert und du kannst es von dort aus immer starten. Ich zeige dir das nochmal. Zum einen ist es auch hier auf deinem Desktop installiert automatisch. Und zum anderen natürlich auch in deinem Windows-Startmenü. Hier oben steht es jetzt erstmal zuletzt hinzugefügt, aber du findest es natürlich auch unter C. Hier Canva. So, und nun kannst du praktisch ohne Internet und ohne mobile Daten auf deinem Rechner, egal jetzt Computer oder also Desktop, Computer oder Laptop, kannst du jetzt Canva verwenden, deine Designs kreieren. Auch wenn kein Internet zur Verfügung steht. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und natürlich Erfolg. Probier es einfach mal aus. Das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.